Das ist nur ein Drogen, einen Moment. Basel-Hündin-Jugendklasse Nummer 14. Das war's, Basel-Hündin-Jugendklasse. So, jetzt habe ich dir nichts gesagt. Basel-Hündin-Jugendklasse Nummer 14 bitte in den Ring. Die ist 14. Die ist 14. Ich habe die Augen geblieben. Ich weiß nicht. Fette-Wenn-Jugendklasse, Fette-Wenn-Jugendklasse. Hallo! Ich habe die Augen gesehen. Ich habe gesehen, wenn ich nicht so gut steht. Vielleicht kann ich jetzt nicht mehr. Aber siehst du jetzt auch jetzt 3.1, oder? Ich hab schon eine Wolkenklasse. Oh, da läuft doch schon Afghanistan ganz klar. Ich hab schon ein Auto. Ja. Ich springe die gleiche. Ja. 13. Das hat so geregnet und ich habe sie im Auto aufgelassen. Wir haben selbst geschrieben die Nummern. Seien Sie uns nicht böse. Ich hab schon mal auf der Jahresordnung die selbstgeschriebene Nummern. Wir haben denen allen vertraut. Aber waren die Impfpässe nicht vorgesetzt. Ich springe es danach, okay? Ich kann es bezeugen. Oder Yvonne, kannst du zu meinen? Ich weiß nicht.